17 Tage. Ja. Das ist erst so bis Rio. Dann haben wir zwei Tage weiter aus Rio. Dann haben wir so eine Rundreise ins Land. Trinkt schon mit. Dann fahren wir fünf Tage an den Strand. Das ist ja am Strand Hotel. Und dann noch an die Wasserfälle treiben. Und wie überall sieht man unser Hotel. Ja, ja. Das ist ja schön. Es ist ja auch schön. Da steht gar keine Körner drauf. Was noch? Ja. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Na ja. 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 Wenn der Sonne drauf scheint. Ach, das kriegst du schon. Ja. 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 Und die Zimmer unverhalten sind bestimmt überhaupt nicht anders. Ne. Die haben die engeren Balkonen oder so. Ja, ja. Die haben oft bei zweitem solche Doppelfetten drin. Ja. Das haben wir gestern gesehen beim Vorbeileiten. Ja, ja. Das ist gut. Und ja. Ich hab's nicht gesehen. Ja. Ich hab's nicht gesehen. Ach ja. Ja. Ja, ich hab's nicht was zu stellen runter. Ja, ja. Und hier so, also ich bilde mir ein, wo die Thomasin Berndchen geteilt hat. Das war's. 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 Und wenn das zu ist, mach's. Und da steckt ein Daltes drin. Ja. Aber das war's sicher der andere der schlechter aus. Ja, ja. Wir sind ja schon weg von dem Dreck. Ja, das ist ja bei der vorne. Na ja. Das ist ja noch so älter. Die ist, die ist schlechter. Die haben das jetzt auch gemacht und Dreck haben ja alles kaputt gemacht. Ja. Ja. Das ist einfach viel abzuprochen, oder? Dort sind Wüßes wahrscheinlich schon zu bekommen. Die Erde aufgeweist. Das hat nicht derartige Gewalt. Dankeschön. Ich brauche die Position. Ach, du brauchst die Position. Nee, das blendet. Sie geht gar nicht. Nein. Das blendet. Das blendet. Das ist einfach und da ist doch. Ja, das hat sich schon gemacht. Der Fotografeur ist nicht mehr. Das ist ein bisschen Busquetschen gemacht, bei diesem Jahr vorhin. Ja, hier lach. Der ist hier oben. Oh, da hat sich schon hier oben. Ja, das ist hier oben. Ja, kommen wir dann. Das ist hier oben. Ja, das ist hier oben. Achtung. Ja, guck schön. Ja, es ist schönes und so, dass es noch nicht mehr oben ist. Ja, das ist schön. Ja, das ist schönes. Ja, ich weiß nicht. Ja, das ist schönes. Ja, hier oben haben Sie jetzt im Winter, haben Sie jetzt die Gegend mit Sitzheizung. Da ist hier der Sitz beheizt. Und auch gibt es einen After-Settel-Lift, auch die Sitz beheizt. Wenn man sich halt setzt, hat man morgen hinterher schönes Teufel. Ja, machen wir halt. Ja, das ist schön, weil das schön ist. Sehr schöne Häuser. Die Technik schreitet voran. Ja, aber das müsste alles nicht bezahlen. Wie sie kein Personal mehr fahren, groß. Ja, genau. Mit alles. Ich weiß nicht, wenn sie sich einfach bei der Bank stehen lassen. Ich glaube, ich stehe schon jetzt bei der Bank. Ich weiß nicht, wie es so ist. Das ist auch noch ein bisschen so verkörig. Kirche, auch eine moderne, die scheint vielleicht mal vorne falsch zu sein, so ein Frauen noch dort, aber das kann ja auch noch halt noch was. Hier ist ganz schön abgekratzt. Und das ist die, wo die zusammengefasst wurden? Ja, das ist die, wo die zusammengefasst wurden, ja, für alles. Aha, an dem Tag, wo wir im botanischen Garten waren, war doch kurz, ist die Ader da. Jetzt haben wir ja gesagt, dass die botanische Garten sind. Ja, da oben haben wir hier runter. Die Brücke haben wir ja da. Und da gibt es die Kleine. Und da steht ja nie auf der Lagunien. Das ist die falsche Aqualsee, die Aqualsee. Ne, das hier. Ach, hier unten. Ja. Ach, die kennt man. Da ist der Stauschnabel. Ja, die kennt man. Und das ist die Mimose, die falsche. Ja. Aber was ich da ziehe, sind die anderen von. Ja, ja, ja. Guck, das war bestimmt kaputt hier unten. Das war alles neu. Ich denke, da ist ja nicht bloß Dreck. Und die haben alle neue Gartenhäuser gekriegt. Gartenhäuser sind hier hinten. Ja. Ja, ja. Das war alles hier. Das war alles weg. Schöpste, die haben die bestimmt. Die haben die bestimmt. Die haben die bestimmt. Ja, ja. Das war alles. Ja, ja. Das war alles. Ja, ja. Das war alles. Das ist die Splendid. Das ist die Splendid. Ja, ja. Das macht. Das macht. Ja, das macht das. Das war, was ich sehe. Das hat mir richtig erholtet im Bild mitgebracht. Das war Lillehammer und sein ganzes Gesicht mit dran. Das hat mich ja selber schon drauf gemacht. Das ist die Sonne, zum Beispiel. Reaktion. Gegen die Sonne durchstattet. Da zeige ich mir eine Blüse drauf. Das ist dunkles Wetter. So gleich aus halt. Und die Fahrer hier. Also die Stadt ist ja wunderbar. Aber das hätte ich mir nicht wollen. Das ist nicht so gut. Das ist die Sonne. Das ist die Sonne. Nee, das ist so. Hier so eine Rolle sein, mit dem Konstitution. Und der Bokker ist jetzt offen. Hier oben. Hier oben. Wenn du die sch третьigest. In der Platz aufholst? In der Platz ist der Schmerz. Und dann schieben. Ich höre mich an. Ich höre mich an. Wie steht der Schmerz. Ja. Jetzt die ganze Mauer durchgedrückt. Die Mauer muss weg. Gucken wir mal an, wie die arbeiten, auch mit dem Papa hier. Aber von der Sache her ist wenig. Da ist die Mauer. Hier, das war bestückt an dem Haus hier. Alles kaputt. Container haben sie schon wieder in Neuen. Das ist ja alles noch braun bis an die ersten Fenster. Aber zum Glück ist es nicht so kalt. Bei uns wenn eben, ne? Solches. Frühjahrs. Das ist nicht vollständig. Das ist ja untergeschossen. Gestern hat es geschneit bei uns. Frau Kaminski, in Oma. Die Tochter hat angerufen. Hat geschneit. Das haben wir im April schon gehabt. Ja. Ich bin ja mal am 17. April. Da habe ich gedacht, ich komme nicht wieder nach Hause. Bleuschnitt, Glatt, Brötchen, alle Sommerreifen drauf. Ja, ich weiß auch. In Reichenbach zur Weiterbildung gewesen. Und in Koschitz gibt es da nicht mehr. Der Busfahrer hat gesagt, bisher her und nicht weiter. Du bist jetzt dabei, das ist wirklich. Das ist eigentlich nicht. Nein, nicht dabei. Ich mache kein Gerhorn. Ich komme nicht mehr raus. Da habe ich gesagt, da bin ich der O-Lindler. Ich habe mehrfach meine Halbschule verloren. Das war mehr wie eisekalt. Boah, eh. Da haben sie ein bisschen heilig und drunter rutschen. Ja, meine erste Stelle war in Koschitz. Und dann, ich habe gesagt, wenn die Kinder nicht mehr in der Grundschule sind, dann bin ich 75. Alsterberg. Und 95 ist die ganze Alsterberger Grundschule. Dann heißt es, ich habe alle drei in Schweden, wo die Schule stand. Und der Westen hat die Grundschule extra. Und der Mittelschule so und so. Dann muss man dann aus. Und dann... Was weiß ich, was ist das? Ja, echt. Das heißt, dort ist aber auch so gerade noch. Oder nehmen kannst du auch sein, das ist total weg. Da unten, wo die Alsterberg stehen. Ja. Vor allem ist ja Treppe und alles in Ordnung, ne? Dann eben ein... Hier und der Grund hat es geheißen. Hier und auch in die Mühlbaden rein. Hier, hier, hier. Oder hier unter den... Auch die Treppen. Das ist das... Überall gemauert sind. Wo die zu ihren Füßen kommen. Auch wenn das messen und glitschig ist. Ja. Sie werden auch gedacht, um die Leute zu den anderen. Na, die hat bloß gesagt, es war bloß gut, das haben doch... Ja. Und auch so nennt, ne? Ja. Ja. Die sind alle zu Hause wollen. Und so nen Öl haben sie gleich hinterher geschossen. Sind das alle? Ja. 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 Das war mit dem Nord Stream in Amsterdam. Also so was nicht mehr. Nee. Nee. Das hab ich auch gedacht. Das ist ja... Da denkst du sonst was, und dann sieht man gar nicht. Aber es ist schön. Aber wie gesagt, das waren die zwei Tälern, ne? Wir hatten auch noch mehr angerufen. Kein Tag in den Nacht. Ja. Wir haben die gesagt, auch die, die jetzt formen. Kein. 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 Nur gefangen. Hier die Kalle wieder. Die weißen Tupfen sind süß. Dass die sind schön. Weil so ein weißes. Ach, jetzt mein Gott. Ja. Ja, die Mama, die hat, die hat sich nicht erwischt. Das ist hier runtergekommen. Ja. Die Bäume haben das wahrscheinlich umgeleitet hier. Ja, hier ist das da. Ja. Und irgendwo hing ja die alte Straße dort da drinnen. Ja, die war zu. Zu. Aber nicht kaputt. Nein. Wir haben die Straße gesehen, dass das durchgebracht war. Ja, ja. Das hat auch nicht gewohnt. Das ist ja auch steil. Man kommt ja nicht drum herum. Ja, blitzschön. Wieso ist das schön? Das ist graugrüne. Ja, das ist vorbeigerauscht. Ja. Ja, und den ist vorbeigerauscht. Ja. Da hinten ein bisschen Garten. Das ist dann auch da. Und hier mit Tracht. Oh, mal insgestanden. Hier, die sind weg. Da hinten. Ah, ja. Ach, du Scheiße. Das ist weg. Ja. Das ist weg. Was für Lilienthal. Schande. Ich geh alles klar hin. Ja. Ja. Das ist wirklich gar nicht mehr. Nein, gar nicht mehr. Das ist hier bei uns nicht. Ja, ich habe von der Hersteller. Ah, ja. Ja. Schande, schande. Untertitelung des ZDF für funk, 2017